Hallo meine Lieben, ich wollte euch nur sagen, dass ich angefangen habe, YouTube-Videos zu machen und so sind gestern. Das heißt, ich bin eine neue YouTuberin. Ich will es so versuchen, so wie wenn ihr kennt die Lochis oder Waititi, will ich auch so lustige Stories zu machen und Lieder performen und so. Und das will ich halt versuchen zu machen. Und jetzt seid ihr gefragt, ich weiß nicht, welchen Namen ich mir und dann einer Freundin bzw. meiner Schwester unter einen Namen geben soll. Wie sollen wir heißen? Entweder die Lollis oder ich weiß es nicht. Ihr könnt es entscheiden. Schreibt es in die Kommentare und den meisten und der beste, es tut mir leid, der beste Name gewinnt. Für denjenigen, der den besten Namen gemacht hat, werde ich auch versuchen, ihn in einem meiner Stücks den Namen zu erwähnen. Schreibt natürlich auch in die Kommentare, wie ihr heißt. Danke! Tschüss!